Kapitel 2 des Doppelfilms zur Weimarer Republik beginnt kurz vor der Wahl zur Nationalversammlung, mit der der letzte Film endete. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht waren nicht zufrieden. Der Ärger über die Entwicklung kochte über, als die preußische Regierung im Januar 1919 den Berliner Polizeipräsidenten, Mitglied der USPD, absetzen ließ. Der sei nicht regierungstreu und im Herzen weiterhin revolutionär, hieß es. Anhänger von USPD und KPD, die aus dem Spartakusbund entstanden war, besetzten das Berliner Zeitungsviertel und erklärten die MSPD-USPD-Regierung für abgesetzt. Ziel war es, die Wahl zur Nationalversammlung zu verhindern und doch noch eine Räterepublik einzusetzen. Gustav Noske, der uns schon beim Matrosenaufstand in Kiel begegnet ist, führte die Regierungstruppen an und schlug den Aufstand nieder. Bei der Niederschlagung hatten auch Freikorps-Truppen mitgeholfen, die sich zum großen Teil aus ehemaligen Weltkriegssoldaten zusammensetzten, die, traumatisiert und ihrer Vorkriegsexistenz beraubt, kaum wieder in den Friedensalltag einzugliedern waren. Hinzu kam, dass der Rat der Volksbeauftragten sich in Berlin zunächst auf die Unterstützung der Freikorps verlassen musste, um seine Macht zu sichern. Das ermöglichte unter anderem der Ebert-Grüner-Pakt vom 10.11.1918. Nun waren die Angehörigen der Freikorps aber keine begeisterten Demokraten, sondern in ihrer überwiegenden Mehrheit politisch rechts-, konservativ- und monarchistisch. So erklärte es sich, dass Angehörige dieser Freikorps, die die Regierung stützen sollten, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht entführt, ermordeten und ihre Leichen in den Landwehrkanal in Berlin warfen, ohne dafür ernsthaft zur Rechenschaft gezogen zu werden. Die Pariser Vorortverträge umfassen fünf Verträge zwischen den alliierten Siegermächten und den sogenannten Mittelmächten – Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und dem Osmanischen Reich. In ihrem spektakulären Buch »Die Friedensmacher« beschreibt die kanadische Historikerin Margaret McMillen die Verhandlungen, die hier stattfanden, und es wird deutlich, wie viele unterschiedliche Interessen hier aufeinandertrafen. Schon Großbritannien, USA, Frankreich und Italien hatten deutlich voneinander abweichende Ziele, nicht nur deutlich voneinander abweichen, sondern zum Teil einander widersprechen. Das Hauptinteresse der USA war immer noch die Einrichtung eines Völkerbundes, der helfen sollte, zukünftige Kriege zu verhindern und weiterhin den freien Handel zwischen allen Staaten zu ermöglichen. Frankreichs Hauptinteresse galt der eigenen Sicherheit und der Unschädlichmachung Deutschlands. Der Rhein sollte die Grenze zwischen beiden Staaten werden, und es sollte sichergestellt werden, dass Deutschland weder wirtschaftlich noch militärisch jemals wieder in der Lage sein würde, Frankreich und Belgien so verwüsten wie in den vergangenen Jahren. Großbritannien bemühte sich um Ausgleich. Ein zu harter Frieden, so die Position Lloyd Georges, werde die Beziehungen Deutschlands zum Rest der Welt auf Dauer schädigen und zu Hass führen, statt zu einer stabilen Friedensordnung. Dann gab es noch Polen, das noch über 100 Jahre wieder ein souveräner Staat werden wollte. Italien, Belgien, Kuba, Japan und viele, viele andere. Das Ergebnis war eine Neuordnung Europas, allerdings nicht in der Art und Weise, wie man noch vor 100 Jahren in Wien gemeinsam mit allen Beteiligten verhandelt hatte. An der Pariser Vorortkonferenz nahmen die Verlierer nicht teil. Sie wurden erst in einer zweiten Runde eingeladen und in groben Zügen vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Versailles-Vertrag war ohne Zweifel hart, und die Art und Weise, wie er verhandelt worden war, war ebenfalls hart. Wenn wir aber die Bestimmungen des Versailles-Vertrages und die des Vertrags von Brest-Litovska gleichen, den Deutschland im Jahr zuvor gegenüber Russland durchgesetzt hatte, so lässt sich nicht leugnen, dass der Versailles-Vertrag so hart dann doch wieder nicht war. Über die Höhe der Reparationsforderungen stand gar nichts drin, das galt es erst noch zu beschließen. Deutschland verlor Land und Einwohner, aber große Teile seiner Schlüsselindustrie blieben intakt, vorerst. Dennoch, der Vertrag spaltete Deutschland. Die Menschen, denen es immer noch schwerfiel zu glauben, dass Deutschland den Krieg wirklich verloren hatte, aus eigener Unfähigkeit und nicht aufgrund von irgendwelchen hinterhältigen Machenschaften von zu Hause, und die vor allen Dingen vergessen hatten, dass nicht die demokratische Regierung ihnen das eingebrockt hatte, und die Freikors, die bereits bei der Besetzung des Zeitungsviertels aufgetaucht sind, spielten weiterhin eine große Rolle und eine zunehmend unschöne Rolle. 1920 beteiligten sich Freikorps-Mitglieder an dem Putschversuch von Walter von Lötwitz. Der marschierte mit etlichen Freikorps-Mitgliedern auf Berlin zu. Alle trugen Hakenkreuze auf den Helm, damit man gleich wusste, was da um die Ecke kam. Laut Versailler Vertrag sollten die Freikors aber nun aufgelöst werden. Die dachten allerdings großenteils nicht daran, sich auflösen zu lassen, auch weil, wie schon erwähnt, viele der Freikorps-Angehörigen keinerlei Hoffnung auf eine Eingliederung in die Republik haben konnten. Den Auflösungsbefehl ignorierte also General Walter von Lötwitz. Die Reichswehr weigerte sich, gegen die Putschisten vorzugehen. Irgendwas in der Art von Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr, sagte General Hans von Segt, Chef der Heeresleitung. Die gewählte Regierung floh aus Berlin nach Dresden und von da aus nach Stuttgart, und die SPD rief zum Generalstreik auf. Dass der Putsch keinen Erfolg hatte, lag aber weniger an diesem Aufruf zum Generalstreik als an der Beamtenschaft, die in diesen Zeiten ja gar nicht so oft die Speerspitze der Demokratie war. Die Ministerialbeamten weigerten sich zu kooperieren, die Reichsbank weigerte sich, Gelder freizugeben, und schließlich trollten die Putschisten sich nach Hause. Beraten und unterstützt wurden die Putschisten übrigens von der ersten bis zur hundertsten der letzten Stunde von keinem anderen als Erich Ludendorff, dem Helden von Tannenberg, dem Erfinder der Deutschstoßlegende, dem obersten Heeresleiter, der sich nach Schweden abgesetzt hatte, aber inzwischen wieder zurückgekehrt war. Unser drittes Kapitel, das ist das Jahr 1923 behandelt, trägt in Geschichtsbüchern meistens die Überschrift Krisenjahr. Und das verhafte ich nicht zu Unrecht. Gleich mit sechs Krisen in den unterschiedlichsten Ecken des Landes und des politischen Spektrums musste die Regierung der Weimarer Republik zu Beginn des Jahres angeführt von Reichskanzler Kuno, am Ende von Reichskanzler Stresemann, fertig werden. Krise Nummer eins ist die Ruhrbesetzung. Auf der Konferenz von London war die Höhe der deutschen Reparationszahlungen festgesetzt worden. Im Frühjahr 1923 kam es zu Verzögerungen bei Zahlungen und Warenlieferungen. Die französische und belgische Armee besetzte daraufhin das Ruhrgebiet, um die Reparationszahlungen durch Beschlagnahmung zu ersetzen. Kanzler Wilhelm Kuno forderte die Bevölkerung zu passiven Widerstand auf und garantierte die Lohnfortzahlung für die etwa 20 Millionen Arbeiter im Ruhrgebiet. Das waren etwa 40 Millionen Mark pro Tag, zusammen mit dem Ausfall der Einnahmen eine unüberschaubare Summe für einen Staat, der wirtschaftlich ohnehin noch taumelte. Kuno griff zum Mittel der Wahl. Er ließ Geld drucken. Das löste logischerweise das Problem nicht, sondern führte zur Hyperinflation. Wenn uns jetzt bei 10 Prozent die Ohren schlackern, lag die Rate im September 1923 bei 21.000 Prozent. Der neue Reichskanzler Gustav Stresemann verkündete das Ende des passiven Widerstandes und leitete eine Währungsreform ein. Die Ereignisse im Ruhrgebiet lieferten den ohnehin stark nach rechts schielenden Bayern den Vorwand, eine rechtsgerichtete Diktatur zu errichten. Gustav Ritter von Karl schwebte eine Ordnungszelle vor, die Bayern inmitten des chaotischen Deutschlands bilden sollte. Dass diese Ordnungszelle antikommunistisch und antisemitisch sein sollte, verstand sich unter seinesgleichen von selbst. Als Antwort darauf verhängte Friedrich Ebert den Ausnahmezustand über Bayern und ernannte Otto Gessler zum Bevollmächtigten der Reichsregierung. Dessen Anordnung, die antisemitische Hetzschrift völkischer Beobachter zu verbieten, ignorierte Gustav Ritter von Karl und behauptete, die Reichswehrsoldaten in Bayern seien nun keine Reichswehrsoldaten mehr, sondern bayerische Soldaten. Das war klarer Hochverrat und die Reichsregierung hatte zunächst einmal keine Möglichkeit, hiergegen vorzugehen. Erst im Februar 1924 trat Ritter von Karl nach der nächsten Krise von seinen Ämtern zurück und die Verhältnisse in Bayern näherten sich wieder der Normalität. Auch anderswo im Land waren die Menschen unzufrieden, blickten jedoch eher nach links. In Thüringen und Sachsen plante die Linke den sogenannten Deutschen Oktober, der in einer großen und kommunistischen Revolution enden sollte. Das funktionierte allerdings ebenso wenig wie der folgende Hitler-Ludendorf-Putsch. Ja, genau, und wieder begegnet uns Ludendorf. Im November 1923 beschloss Adolf Hitler in der Erwartung, dass die Karl-Regierung ihn unterstützen würde, das waren die Leute in Bayern, und plante einen Marsch auf Berlin, nicht der erste, wie wir gehört haben, um dort die Macht an sich zu reißen. Karl hatte allerdings überhaupt nicht vor, sich von Hitler rechts überholen zu lassen, sich überhaupt überholen zu lassen. Aus diesem Grund unterstützte er den Putschversuch nicht und wies 100 jüdische Familien aus Bayern aus. Das zu der Frage, ob der Antisemitismus eine Erfindung der Nationalsozialisten nach 1933 war. Wer sehr bereit war, Hitler zu unterstützen, war Erich Ludendorff. Wenn der Mann nicht darüber fantasierte, wie der Dalai Lama oder die Jesuiten seine Karriere sabotierten, steckte er jeweils bis zum Kinn im rechten Putschistensumpf. Als er am 8. November Ritter von K. im Münchner Bürgerbräukeller eine Rede hielt, stürmte Hitler die Veranstaltung. Hinten rein kam Ludendorff. Die Putschisten erklärten noch vom Bürgerbräukeller aus die Berliner Reichsregierung für abgesetzt und machten sich nach einigem Hin und Her auf den Weg zur Feldherrenhalle. Vermutlich nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg nach Berlin. Ritter von K., der im Bürgerbräukeller unter Druck noch behauptet hatte, Hitler unterstützen zu wollen, zog die Unterstützung zurück und erklärte den militärischen Ausnahmezustand in Bayern. Vor der Feldherrenhalle wurde der Putschversuch niedergeschlagen. In der Folge wurde Ludendorff freigesprochen. Warum, wird für immer ein Rätsel bleiben. Hitler wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, von denen er bekanntermaßen nur einen kleinen Teil absaß. Überhaupt, nicht nur Hitler und Ludendorff kamen mit absurd milden Strafen davon. Viele der Freikorps-Mitglieder waren militant und terroristisch. Die geheime Organisation Konsul war für die Ermordung etlicher demokratischer Politiker verantwortlich. Die Strafen, die die Weimarer Richter nach rechts und links verteilten, waren denkbar ungleich verteilt. Und das bringt uns zu dem wunderbaren Bild von George Grosch, die Stützen der Gesellschaft. Die viele, wenn auch nicht alle Probleme der Weimarer Gesellschaft zusammenfasst. Wir sehen hier vorne einen Juristen, ein Stück weit dahinter einen Richter. Oder ist es ein Priester? All die Menschen, die die Republik schützen sollten, Richter, Journalisten, Reichswehr, scheinen wenig gewillt ihren Job zu machen. Und auch im Westen wurde es nicht ruhig. Separatisten, deren Wortführer erstaunlicherweise Konrad Adenauer, der spätere erste Bundeskanzler war, befürwortete eine rheinische Republik. Die setzte sich aber ebenso wenig durch wie die sächsische Weltrevolution. Und das bringt uns zum vierten Kapitel. Warum um alles in der Welt spricht man bei diesen Zuständen von den goldenen Zwanzigern? Einerseits, weil der Begriff in erster Linie die Entwicklungen in den USA beschreibt. Andererseits aber auch, weil Geschichte eben mehr ist als nur Krise. Der Kramer-Markt findet statt, während Putin die Ukraine angreift. Die Oscars werden verlieren, während George Floyd stirbt. Und so gibt es eben neben all den Krisen auch spektakuläre andere Momente. Mit Anders als die anderen wird in Deutschland der erste Film gedreht, der LGBTQ-freundliche Ideen vertritt, den unglaublich hübschen Konrad Veit in einerseits nach spektakuläreren Rollen zeigt. Und nachdem er fliehen musste, spielt er übrigens in Casablanca den Obernazi. Die neue Frau erobert nicht nur den Reichstag, sondern die unterschiedlichsten Sphären des Lebens. Der Film wurde übrigens ein Jahr nach seiner Veröffentlichung verboten. Die Zensur wurde wieder eingeführt und der neuen Frau ging es auch nicht immer gut. Aber immerhin, wir nehmen, was wir kriegen können. Und die Reichsregierung bemühte sich, Begeisterung für die Republik zu wecken, indem sie einen neuen Feiertag einzuführen versuchte. Den Verfassungstag, den Bayern übrigens niemals übernahm. Die Idee dahinter war einfach. Es gab keinen Kaiser mehr, der das Land einte. Zum Geburtstag des Kaisers hatte man schöne Lieder gesungen, vielleicht auf das Wohl des Kaisers angestoßen, sowas halt. Also brauchte man einen Ersatz hierfür. Und der Ersatz sollte die Verfassung sein. Im Vorgriff auf Dolph Sternbergers Idee vom Verfassungspatriotismus. Der 11. August wurde zum Verfassungstag erhoben, an dem Sportfeste gefeiert und überhaupt die Verfassung als ganzes Vaterland, wie Sternberger über das Grundgesetz sagen wird, gewürdigt werden sollte. Netter Versuch, aber wenn nicht alle mitmachen, funktioniert das mit dem einigenden Symbol halt nicht. Nachdem Gustav Stresemann Ende 1923 das Amt des Reichskanzlers abgegeben und in Folge das des Außenministers übernommen hatte, leistete er ziemlich Beachtliches, um Deutschland vom Katzentisch zurück in den Kreis der Nationen zu bringen. In einem ersten Schritt verhandelte er im Jahr 1924 den DORS-Plan, der die Reparationszahlungen für Deutschland reduzierte. Im Jahr darauf war er an den Vorbereitungen der Konferenz von Locarno beteiligt, bei der die Grenzen zwischen Frankreich, Deutschland und Belgien festgeschrieben wurden. Hierfür erhielt er gemeinsam mit dem französischen Außenminister Aristide Briand den Friedensnobelpreis. Und 1928 unterschrieb er dem Briand-Kellogg-Pakt ein Nicht-Angriffsbündnis, dem sich immerhin 63 Staaten anschlossen. 1929, kurz vor der Weltwirtschaftskrise, starb Stresemann. Und dann, im Oktober 1929, kam es an der New Yorker Börse zu heftigsten Kurseinbrüchen. Wie es dazu kam, ist an dieser Stelle nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Kurse abstürzten. Zunächst versuchten die amerikanischen Banken, die ganze Sache noch aufzuhalten. Eine Konsequenz aber waren zunächst mal Kreditrückforderungen. Da die deutsche Wirtschaft zu großen Teilen auf Krediten und Investitionen aus den USA basierte, wurde Deutschland mit in den Strudel gerissen. Die Arbeitslosenzahlen stiegen bis zum Frühjahr 1931 auf 5 Millionen und noch war kein Ende abzusehen. Hier würde sich jetzt ein Exkurs zum Krisenbegriff Karl Deutsch anbieten und zu der Frage, an welcher Stelle die Weimarer Republik den Point of No Return überschritten hat. Aber das lassen wir. Zum Krisenbegriff gibt es ein anderes Video. Reichskanzler Heinrich Brüning reagierte auf die Herausforderungen der Zeit mit einer strengen Deflationspolitik. Das bedeutet, dass das Hauptziel seiner Politik darin bestand, den Haushalt auszugleichen, indem er Löhne und Preise senkte. Da er ansonsten nichts, aber auch wirklich gar nichts tat, um die Konjunktur anzukurbeln, ging das heftig nach hinten los. Die Preissenkungen sollten dafür sorgen, dass deutsche Waren im Ausland attraktiver wurden. Schlussendlich führten die sinkenden Löhne aber lediglich zu sinkender Kaufkraft im Land und zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaftskrise führte mit dazu, dass die Ränder wuchsen. Im Januar 1919 waren die demokratischen Parteien mit einem eigentlich ganz gemütlichen Polster in die Weimarer Republik gestartet, aber ab 1924 gewannen die republikfeindlichen Parteien die Mehrheit, sodass keine Regierung sich mehr auf eine stabile Koalitionsmehrheit stützen konnte. Die letzten drei Regierungen der Weimarer Republik waren dementsprechend sogenannte Präsidialkabinette, das heißt Regierungen, die nicht einmal mehr dem Anschein erweckten, vom Parlament getragen zu werden und stattdessen mit Hilfe des § 48 der Weimarer Reichsverwassung durchgesetzt von Reichspräsident Hindenburg regierten. Die drei Kanzler waren in zunehmender Distanz zur Republik, bei gleichermaßen zunehmender Nähe zu den Nationalsozialisten Heinrich Brüning, Franz von Papen und Kurt von Schleicher. Und das war's dann. Wenn man auf die Weimarer Republik blickt, bekommt man ein ähnliches Gefühl wie bei diesen dummen Hollywood-Filmen, bei denen der Held, wenn der Axtmörder naht, immer die Treppe hoch rennt, aufs Dach, von wo es auf keinen Fall einen Ausweg gibt, sodass man vor dem Fernseher beinahe durchdreht. Und jedes Mal stellt der Axtmörder sich dann dumm an und der Held kann wie durch ein Wunder plötzlich 30 Meter weit springen und rettet sich aufs Nachbardach. In Weimar kann niemand springen und die Axtmörder sind nicht dumm. Deshalb wäre Weimar, wenn es ein Computer spielt, wäre er auch wahrscheinlich eher Pac-Man, against all odds. An wirklich jeder Ecke steht einer, der die Republik ausdrücklich nicht will. Und die Helden, die die Demokratie retten sollen, sind a. eigentlich keine geborenen Helden und müssen b. unter unfassbarem Zeitdruck Entscheidungen treffen, die das Land vor der Katastrophe retten sollen. Und da entscheiden sie sich eben oftmals falsch. So, das war's. Weggelassen habe ich all die schmieren Kampagnen der rechten Blätter gegen die Demokraten der Regierung, weil sie es wagten zu baden oder dick zu sein. Den Präsidentschaftswahlkampf Ludendorfs, der schon wieder, der aber scheiterte, weil schon wieder der Dalai Lama oder auch vielleicht der Papst ihm dazwischen funkten. Den Völkerbund und fast alle Frauen. Das tut mir leid, aber das wäre noch ein Film. Und den gibt's nicht.